Im Im, gesprochen 2M, ist ein Dorf in Derbyshire, England. Es liegt im Nationalpark Peak District. Die gewundenen Straßen werden von hübschen Cottages gesäumt, mitten im Dorf steht das Herrenhaus Im Hall. Hintergrund Die erste Erwähnung Ams, Ium, ist im Doom the Book, das auf Veranlassung von William dem Eroberer 1086 erstellt wurde, zu finden. Im 13. Jahrhundert wurde daraus Ium, dies leitet sich von Ezum ab und bedeutet Etty Islands, damit ist wohl ein Gebiet fruchtbares Ackerland inmitten von Mooren gemeint. In die Geschichte ging ihm aber erst ab 1665 ein. Im September erreichte eine mit den Erregern der Pest kontaminierte Stoffsendung den reisenden Schneider Georgi Vickers, der innerhalb weniger Tage starb. Die Hälfte der Einwohner floh, die andere blieb zurück und vertraute auf Gott verschont zu werden. Der Pfarrer William Mompesson, unterstützt von seinem puritanischen Kollegen Thomas Stanley, rief die Menschen auf, sich an eine selbst auferlegte Quarantäne zu halten. Sie stimmten zu und für viele war dies das Todesurteil. Eine Grenze wurde rund um das Dorf gezogen und an den sogenannten Mompesson-Wels wurden Nahrungsmittel sowie verschiedene Güter des täglichen Bedarf hinterlegt. Die Münzen für die Bezahlung wurden in Essig oder in fließendes Wasser gelegt, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Während der folgenden 14 Monate starben 259 Menschen. Der kalte Herbst des Jahres 1666 beendete schließlich die Seuche, die sowohl William Mompesson als auch Thomas Stanley überlebten. Warum einige Menschen, wie Elisabeth Hancock, die innerhalb von acht Tagen ihren Ehemann und sechs Kinder begrub, sich nicht infizierte bleibt ungeklärt. Heute erinnern Gedenktafeln an den Cottages an die Opfer der Pest. Anreise Die überregionale Anreise mit den entsprechenden Hinweisen ist im Artikel-Bieg-Distrikt zu finden. Mit dem Bus 275 Beekwell, IIM, hat Herr Sage, Bamford, Sheffield mit Huleis auf Baslo 65 Sheffield, Fox House, IIM, Tiedeswell, Millersdale, Buxton mit TM Travel. Die Fahrpläne sind auf der jeweiligen Website zu finden. Sehenswürdigkeiten Der heutige Bau wurde hauptsächlich zwischen 1350 und 1500 errichtet. Um 1870 war die Kirche in einem schlechten Zustand und zu klein für die Gemeinde. Man entschloss sich das nördliche Seitenschiff zu erweitern. Außerdem wurden der Chorbogen und die Sakristei erneuert. Die ältesten Teile von St. Lorenz sind an der Nordwand des Schiffs zu finden und stammen noch von dem sächsischen Vorgängerbau. Interessant und selten sind die Wandmalereien, die in den 1600ern gemalt wurden und erst 1963 wiederentdeckt wurde. Außerdem sind Jakobinische Schnitzereien, U.A. den Mompessons Tscher, das Register mit Pestopfern sowie je ein Taufbecken aus sächsischer und normanischer Zeit zu sehen. Auf dem Plagg-Window, 1985, wird dargestellt, wie die Pest nach ihm kam und welche Konsequenzen sich daraus ergaben. Im Kirchhof steht ein komplett erhaltenes sächsisches Kreuz aus dem 8. Jahrhundert. Es ist mit keltischen Motiven und menschlichen Figuren und Engeln geschmückt. Einst stand es wohl neben einem Weg im Moor. An der Außenmauer, über der Prietstor, befindet sich eine Sonnenuhr, 1775. Cooles Ton. Lage, am Public Footpass von ihm nach Stoni Middleton. Der Weg beginnt in der Nähe des Miners Arms. Der Stein diente während der Pest als Umschlagplatz für Nahrungsmittel und andere benötigte Dinge. Die sechs Löcher des Steins waren mit Essig gefüllt, damit sollten die Münzen desinfiziert werden. Praktische Hinweise Vorwahl, 01433, vom Ausland plus 44 1433. Postcode, S32. Ausland plus 44 159. Substato, S32. Hörop aus gefüllt